Musik Ich bin Orhan. Ich bin Turgut. Und uns gibt es als Zumach seit September 2015 in Nürnberg. Musik Musik Zumach ist ein Gewürz, der vom Mittelmeer-Afrika-Gebiet kommt und ist eine Nuss in unserer Küche. Musik Musik Die türkische Küche ist sehr vielfältig. Aber wir als Zumach möchten die Region Grazer Antep vorstellen. Musik Zudem wurde die traditionelle Küche Grazer Antep von der UNESCO unter Schutz genommen. Die sehr reichhaltige Antep-Küche besteht nicht nur aus Kebabgerichten, sondern sie bietet vielfältige Variationen. Musik Wir möchten unseren Gästen den alltäglichen Stress entnehmen und einen köstlichen Kurzurlaub mitgeben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020